Halt dich! Halt dich! Nein, dich auf! Nein, nein, du, du gehst nirgendwo hin! Komm her! Komm zu Daddy! Hey, wer ist neu? Okay, hört auf, hört auf! Ach, komm schon! Hey, warte, Beinfuß! Fuß! Komm dich! Hey, tut mir leid, ich verspäte mich etwas, voll krasser Verkehrsschlau. Dein Timing ist schrecklich, Sie haben schon angefangen. Ich weiß, tut mir leid. Wo bist du? Broadway, Ecke 1., Ecke 2., Ecke 3., 5 Minuten, maximal 10. Sind das Sirenen? Nein. Peter? Nein. Peter! Eine Sirene! Nein, kein... Peter! Was ist da los? Peter! Peter! Hallo? Peter! Ich bin gleich da, versprochen! Wie? Die diesjährige Jahrgangsbeste. Ich bitte um Applaus für Gwen Stacy! Guten Morgen, sehr geehrtes Lehrerkollegium und Familien meiner Abschlussklasse. Es ist eine Ehre, heute hier oben stehen zu dürfen. Hallo? Hallo? Ich sagte dir doch, ich bin schon etwas spät dran. Sie sind vorbei, Spinde! Ich jetzt... Ich weiß, dass wir uns alle für unsterblich halten. Das sollten wir auch, denn wir fangen ein neues Leben an. Aber wie auch unsere kurzen vier Jahre an der Highschool, wird unser Leben dadurch wertvoll, dass es eben nicht ewig dauert. Es wird kostbar, weil es ein Ende hat. Ich verstehe das jetzt besser denn je. Und ich sage das, gerade an diesem großen Tag, damit wir nicht vergessen, dass Lebenszeit Glück ist. Verschwendet sie nicht. Lebt euer eigenes Leben. Gebt eurem Leben einen Sinn. Kämpft für das, was euch wichtig ist. Egal was passiert. Denn selbst wenn wir scheitern sollten, haben wir doch das richtige Leben gewählt. Das ist nicht das Ende, Spinde! Spinde!